Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Hans-Martin Beck. Ich bin spiritueller Coach und Experte der Inka-Tradition. Ich möchte dir heute einmal ein ganz persönliches Statement von mir geben und dir einfach mal erzählen, wie es mir so geht und wie ich mit dieser schwierigen Situation und der ganzen Corona-Krise, dem Lärm, der Aufgeregtheit und den Sorgen umgehe. Denn ich höre natürlich auch von Menschen, die verzweifelt sind, die sich Gedanken machen, was die Zukunft bringt, ob es jetzt Familienangehörige sind, die vielleicht krank werden oder sterben könnten, ob es das Geld ist, was mit den Kindern ist. Es gibt so viele unterschiedliche Probleme, die jeder Einzelne hat und ich natürlich auch. Und aus Sicht der Inka-Tradition gibt es aber wunderschöne oder kraftvolle Ansätze, die meiner Meinung nach helfen können, diese ganze schwierige Zeit viel einfacher zu durchstehen. Mir hilft beispielsweise sehr, dass ich mich jeden Tag mit der Pachamama, mit dem weiblichen Aspekt des Universums, mit der Kraft verbinde, die uns Menschen alles gibt. Die Inkas sagen, die Pachamama gibt dir deinen Partner, sie gibt dir die Kinder, sie gibt dir deinen Job, das Haus, das Geld. Wenn du irgendetwas brauchst, sprich mit der Pachamama und das tue ich, das tue ich jeden Tag. Denn bei mir sind ja im April sämtliche Kurse ausgefallen. Ich habe für Mai Kurse absagen müssen und ich habe auch keine Ahnung, wie es weitergeht. Aber alleine durch die Verbindung mit der Pachamama spüre ich so eine große, so eine tiefe Kraft in mir, dass ich weiß, es wird weitergehen und es wird gut weitergehen. Ich richte mich zum Beispiel jeden Tag aus. Ich verbinde mich mit dem Königstuhl. Das ist der Berg bei uns hier um die Ecke. Und ich spreche mit dem Königstuhl und ich sage ihm, hey Apu, Königstuhl, hilf mir. Hilf mir, dass ich die Leute erreichen kann, führ die Leute zu mir, bring die Leute auf meine Webseite, gib ihnen vielleicht auch den Anstoß, das ein oder andere zu tun, vielleicht ein paar Gedanken loslassen zu können. Ich verbinde mich mit Mutter Wasser, mit Mutter Erde, mit Vater Sonne. Und jedes Mal bitte ich diese großen, kraftvollen Energien darum, dass sie mir helfen, dass sie mir helfen, neue Ideen zu finden, dass sie mir erlauben, all das Schwere, was mich vielleicht beschäftigt, loszulassen. Und diese beiden Bewegungen, das Loslassen der Ängste, der Sorgen, ab und zu der Ängste, die da hochkommen, aber gleichzeitig auch das Aufladen mit Kraft, das Aufladen mit Energie, erlaubt mir, dass das, was mich blockiert, abzugeben. Und gleichzeitig bekomme ich neue Ideen, bekomme ich Zuversicht, bekomme ich ganz, ganz viel, was mir hilft, durch diese schwierige Zeit hindurch zu gehen. Und wenn ich beispielsweise nicht rausgehen darf oder nur kurz rausgehen darf, für mich und auch für dich gar kein Problem, dann hol dir einfach die Natur in die Wohnung, hol sie dir ins Haus. Für Pachamama spielt es keine Rolle, ob du im Wald stehst oder ob du an einem Fluss stehst. Ruf sie, rede mit ihr, rede mit dem Wasser und du wirst merken, es ist für dich so, als wenn du am Wasser oder in der Natur stehen würdest. Das heißt, wenn wir nicht in die Natur gehen können, dann holen wir die Natur zu uns und dann bringen wir die Natur in unser Wohnzimmer. Wenn du mehr dazu wissen möchtest und wenn du ein paar kleine Übungen und Rituale dazu lernen möchtest, empfehle ich dir, geh mal auf die Website von Inka World und melde dich für die kostenlose Pachamama Challenge an. Dort zeige ich dir vier Tage lang kleine Übungen, kleine Rituale, mit denen du dich verbinden kannst, Ängste, Sorgen abgeben kannst und wie du dir etwas für die Zukunft wünschen kannst. Und dann bin ich gespannt, was du mir berichtest und ob es dir das Leben nicht ein wenig einfacher und leichter macht. Wir sehen uns, wir hören uns. Bis bald. Tschüss.